Herzlich willkommen im neuen BZ Studio zu einem neuen BZ Job Talk. Sie sehen, wir haben ein neues Setting für Sie aufgebaut und Sie können gespannt sein neben dem, was Sie noch an Top-Ton und Bild erwartet, was wir natürlich inhaltlich heute für Sie bereit haben. Und heute das Thema spannend, Frauen in Führungspositionen. Wenn man mal so schaut, dann sind 37 Prozent der Führungskräfte in Deutschland weiblich oder anders gesprochen 63 Prozent dann eben männlich. Das teilt sich ein bisschen aus. Schaut man in die Privatwirtschaft sind es ungefähr so 30 Prozent der Frauen in Führungspositionen. Im öffentlichen Bereich sind es 53 Prozent. Also Sie sehen, auch da gibt es einen Unterschied, wo und wie, wie viele Frauen auch in Führungspositionen sind. Zwei Frauen von bekannten Unternehmen aus Freiburg haben wir heute hier zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass ich heute begrüßen kann, war Dr. Anja Bauer-Harz, waschechte Freiburgerin, promovierte Betriebswirtin, seit 95 Geschäftsführerin bei Elektro Schillinger in Freiburg gemeinsam mit dem Bruder Sven Bauer. Sie sind verheiratet, sie haben eine 18-jährige Tochter und Elektro Schillinger, für die, die es nicht wissen, hat derzeit 90 Mitarbeiter, ist tätig im Bereich Elektroinstallation, Daten, Netzwerktechnik, Photovoltaik und Gebäudesystemtechnik. Herzlich willkommen, war Dr. Bauer-Harz. Dankeschön. Ja, zu meiner Linken, Hanna Böhmel, echte Freiburgerin, ebenso in Marburg, Taipei und London studiert. Seit Januar 2018 führt sie gemeinsam mit Daniel Strowitzki die Geschäfte der Freiburg Wirtschaft und Touristik GmbH, bekannt als FWTM. Sovor Geschäftsführerin des von der Landesbank Baden-Württemberg betrieben, ein German Center in Singapur und davor Peking verheiratet, zwei Kinder, Zwillinge haben sie gesagt. Genau, ein Bub und ein Mädchen. Bub und ein Mädchen. Das ist schön. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich habe zu sehen, Sie sind ja beide in einer Geschäftsführung, wo Sie auch ein männliches Pendant haben. Ich gehe gleich mal in eine bisschen provozierende Frage. Sind die Frauen? Führen Frauen anders wie Männer? Frau Böhm? Soll ich anfangen? Ja, gerne. Also ich würde sagen, ja. Und natürlich könnte ich jetzt die Klischees, die immer, wenn über Frauen die Führung gesprochen wird, erwähnen. Frauen sind intuitiver. Frauen entscheiden mehr aus dem Bauch. Also das ist bei mir zumindest der Fall. Und ich würde sagen, ja. Und bei mir persönlich trifft es zu, ich bin in vielem intuitiver. Wir sind allerdings ein Führungsteam. Mein Bruder und ich in der Geschäftsführung. Wir haben ein Viererteam, Vierergremium. Wir nennen es G4. Da sind auch unsere beiden Prokuristen dabei. Und tatsächlich hat da jeder unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und da ergänzen wir uns perfekt. Und ich würde sagen, ich bin in diesem Team der emotionale Intuitive. Die Intuitive. Ja. Nicht nur, aber das ist mein Schwerpunkt. Ja. Also das gilt in unserer Kombination sicher auch. Ich bin erstens sehr dankbar, dass ich mit dem Daniel Strowitzki da noch ein Gegenstück, an dem er sich einmal reiben kann, hat. Wir sind charakterlich sehr unterschiedlich. Und schlussendlich müssten Sie unsere Kolleginnen und Kollegen fragen, wie unterschiedlich wir führen. Das stimmt. Das stimmt. Man hat das Gefühl, Frauen verbinden mehr. Und Männer sind eher so ein bisschen so ergebnis- und zielorientiert. Teilen Sie das? Ja, also ich glaube schon, also die Frau Bauer-Hart hat es ja schon gesagt, es sind natürlich auch Klischees. Aber jedem Klischee ist da vielleicht auch ein Fünchchen Wahrheit dann doch auch inbehalten. Und ich glaube schon, dass wir im Führen da eine gewisse Vernetzung haben, auch an Frauen. Wenn es jetzt um persönliche Netzwerke geht, würde ich mal sagen, dass die Männer und Frauen da leider noch auch viel vorweg haben. Also ich finde, es gibt mehr auch Frauennetzwerke, aber die sind oft nicht ganz so belastbar in meiner Wahrnehmung oder sie werden erst langsam belastbarer, wie es doch auch alte, tradierte Männernetzwerke gibt, die da viel eher sich die Bälle auch zuwerfen. Ich glaube, da können wir in meiner Wahrnehmung noch ein bisschen was von lernen. Da komme ich gerne nochmal drauf zurück. Das finde ich spannend. Ich habe da ein bisschen differenzierter. Das nutzen wir gerne gleich nochmal. Ich knüpfe da an. Eher zielorientiert oder eher entwicklungsorientiert? Können wir nochmal aussagen? Ich würde sagen schon beides. Ich glaube, dass man ganz gut spürt oder ich für mich würde sagen, ich glaube, ich spüre ganz gut, wann muss ich direkt aufs Ziel zugehen? Und wann muss ich ein Prozess sich entwickeln lassen? Ich meine, das ist ja auch eine Führungsaufgabe, zu erkennen, wann ist was notwendig. Und auch das ist wiederum intuitiv. Ja, und Sie führen ja beide auch Unternehmen mit wirtschaftlichem Zweck dahinter. Ja, natürlich. Da braucht es neben der Intuition natürlich auch die Ziel- und die wirtschaftliche Orientierung. Und Sie haben ja auch eine Historie. Sie sind ja auch, Sie wurden ja jetzt nicht über Nacht einfach so Geschäftsführerinnen. Da gibt es ja eine Geschichte dahinter. Wenn Sie uns mal Ihre Geschichte so ein bisschen mitgeben, so den Weg zur Geschäftsführerin bei Elektroschillinger. Ja, der ist völlig anders, als jetzt jeder erwarten würde. Man würde ja sagen, ja, Vater hat ein Unternehmen, Tochter studiert BWL. Dann ist es das große Ziel der Tochter, dieses Unternehmen zu übernehmen. Genau so war es nicht. Ich habe noch zum Ende meines Studiums meinem Vater erklärt, mit dieser Firma will ich überhaupt nie was zu tun haben. Die interessiert mich nicht. Und dann kam ich auf die Idee, naja, man könnte ja mal ehrgeizig sein und mal gucken, ob man promovieren kann. Das wollte ich extern machen. Ich wollte auf keinen Fall fünf Jahre als Assistent arbeiten. Dann habe ich einen Job gebraucht. Dann habe ich natürlich meinen Vater nach diesem Job gefragt. Ja, und dann war ich drin. Und so bin ich dann zu Elektroschillinger gerutscht. Ich habe aber auch während der Promotion immer noch gesagt, also wenn ich fertig bin mit meiner Promotion, dann bin ich hier weg. Also das heutige Leben zeigt das Gegenteil. Also so bin ich dann eben bei Schillinger hängen geblieben. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich ja in vielen Dingen engagiert und ich konnte dann einfach gar nicht mehr raus. Ja, und irgendwann wurde ich dann Geschäftsführerin und bin an der Aufgabe gewachsen, sagen wir es jetzt einfach mal so. Und ich muss sagen, es gab eine Schlüsselperson im Unternehmen, abgesehen davon, dass ich einfach als Tochter natürlich wurden gewisse Antworten oder Erwartungen an mich gestellt. Aber es ist ja immer so, man ist Tochter, was passiert mit der Akzeptanz? Und es gab einen Mitarbeiter bei uns, einen Meister, der ist inzwischen in Pension und der war für mich eigentlich die Schlüsselfigur. Denn ein Bär von einem Mann, komplett ein Handwerksmeister, wie man ihn sich vorstellt. Und der hat mich von Anfang an akzeptiert. Und das war ganz wichtig, weil wer von ihm akzeptiert wird, der hat im Prinzip gewonnen und der war meine Treppe ins Unternehmen letztlich. Also das ist so meine Geschichte. Die Geschichte der Hanna Böhme? Ja, also ich habe ein Trainee-Programm gemacht, ja bei der Landesbank Baden-Württemberg und war vorher, habe ich ja, ich komme ja aus Freiburg, aber habe Abitur in Hongkong gemacht und auch während an meinem Studium ja auch Szenologie neben VWL studiert. Und für mich stand fest, ich möchte gerne wieder nach Asien gehen und habe schon im Trainee-Programm bei der LBBW, die hatte damals ein Büro in Peking und in Shanghai bei jeder passenden und auch nicht passenden Gelegenheit gesagt, ich würde gerne mal nach China gehen. Und dann gab es eben 2004 den Wechsel, dass die damalige Leiterin des Büros aus Peking relativ kurzfristig, damals war ja auch die FIS-Fusion mit der BW-Bank, zurückkommen sollte nach Stuttgart. Ja, und dann irgendjemand hat sich halt daran erinnert, dass da eine junge Frau ist, die gesagt hat, ja, die wird gehen. Und dann hatte ich ein Gespräch mit der Personalabteilung und ich weiß noch, wie ich da saß, weil die so gesagt haben, ja, könnten Sie sich das vielleicht vorstellen? Ich habe innerlich schon dreimal Ja gesagt, aber habe gedacht, jetzt können wir ein bisschen cool machen. Es ist mir nur bedingt gelungen. Ja, und das war meine erste kleinere Führungsposition. Und dann habe ich auch immer wieder gesagt, ja, ich möchte mich weiterentwickeln und habe die Chancen bekommen, auch dann bei der LBBW und dann die Leitung des German Centers in Peking übernommen, dann das German Center in Singapur und dort dann eben die Ausschreibung auch für die Rolle, die ich jetzt habe, damals gelesen und habe gedacht, wer nicht wagt, wer nicht gewinnt, haben mich beworben und viele Runden von Gesprächen führen dürfen. Und mit jedem Gespräch wurde dann eben auch das Interesse eigentlich an der Funktion noch mehr bei mir verstärkt. Ja, und dann haben wir uns gegenseitig füreinander entschieden. Sie haben gerade so herrlich schön die Hand gehoben. Glauben Sie, dass Frauen, um in Führungspositionen zu kommen, noch öfters die Hand heben müssen? Ja, absolut. Also auch ein bisschen, wenn wir Männer trampeln da ein bisschen eher mal rein und sind, jetzt nicht so selbstbewusster, manchmal ein bisschen, ja, vielleicht denken wir gar nicht so oft nach, aber Frauen? Also ich persönlich finde schon, wenn man etwas will, muss man es auch sagen. Also natürlich ist es toll, wenn man auch gefragt wird und das ist schön, aber in der Realität, glaube ich, muss man eben auch zeigen, dass man will und das kann man nicht erwarten, dass das einem unbedingt abgelesen wird. Und ich glaube auch, jetzt ist es ein großes Geschenk, dass ich jetzt in einer Geschäftsführung sein darf, aber wir sind natürlich nicht die einzige Führungsebene auch bei uns im Unternehmen. Und das ist ja auch in der Regel ein Gang, ein Weg dahin. Und ehrlicherweise, glaube ich, in vielen Unternehmen sind die mittleren Führungspositionen auch sehr herausfordernd. Also wenn man dann in der Geschäftsführung ist, dann hat man es ja vielleicht auch irgendwo geschafft und man hat ja da auch ein, noch eine höhere Gestaltungsfreiheit als eben in einem mittleren Management und das geht oft mit sehr viel Verantwortung, aber doch nicht ganz so vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Man ist ja dann doch da irgendwie eingezwängt zwischen oben und unten und da muss man eben aber auch durch. Und ich glaube, gerade diese ersten Hürden, also das war damals bei der Landesbank Baden-Württemberg für mich auch wirklich bezeichnend. Das war ja auch heute sicher ein Unternehmen mit viel mehr Frauen als Männern, aber nach oben hat es sich ausgedünnt. Und vor allen Dingen auf dieser ersten Führungsebene, weil dann ganz viele gesagt haben, ach ja, für das ist ja nicht wirklich viel mehr Geld, den Titel brauche ich nicht, ist viel Ärger. Naja, dann nächstes Jahr vielleicht. Und ja, dann kann ich aber auch nicht erwarten, dass ich zwei, drei Stufen überspringe. Ja. Bei der FETM, mittleren Management oder die mittleren Führungsebenen? Also wir sind sehr weiblich geprägt. Also der Herr Strowitzki, wie gesagt, bei uns ist Pari-Pari. Auf der nächsten Ebene ist es sechs zu zwei und nicht Männer, also sechs Frauen und zwei Männer. Und wir haben ein sehr, sehr frauenlastiges, in Anführungsstrichen, Unternehmen. Die Männer sind in unserer Biotop. Wir sind besonders nett zu ihnen, hoffe ich doch mal. Wir machen mal den Schwenk ins Handwerk. Ja, bei mir ist genau umgekehrt. Wir sind im ganzen Unternehmen fünf Frauen. Und wir kommen aber gut klar. Und wir fühlen uns wohl mit unseren vielen Männern. Also ich habe auch, es ist natürlich auch das klassisch, alle Frauen arbeiten im kaufmännischen Bereich. Und ja, wir haben ein anderes Biotop. Wir haben die Frauen. Ich bin jetzt, klar, ich bin Geschäftsführerin. Trotzdem, ich habe, Sie hatten eine Frage notiert. Wie viele Frauen haben Sie in Führungspositionen? Ich habe mir da drüber Gedanken gemacht. Wie beantwortest du das denn? Im Prinzip jede Frau ist bei uns eine Führungsposition, weil jede ihren Bereich verantwortet und dafür sorgen muss, dass sie entsprechend zugearbeitet wird. Also sprich, jede hat ihr Team sozusagen. Also ich gebe Ihnen recht. Eine Frau muss, wenn sie etwas erreichen will, muss sie sagen, dass sie es erreichen will. Das kann ich aber natürlich jetzt selbst nicht aus Erfahrung sagen, weil ich den Prozess nicht durchlaufen habe, den sie durchlaufen haben. Glauben Sie, dass es im Handwerk eher schwierig ist, weil es sehr technisch geprägte Berufe sind und die doch noch oft von Männern ergriffen werden? Oder ist das jetzt zu Stereotyp? Also ich klammer jetzt mal das Elektrohandwerk aus, weil einfach aus Erfahrung, wir haben sehr wenig weibliche Anfragen für technische Berufe. Aber es gibt doch sehr viele Frauen verhältnismäßig, viele Frauen zum Beispiel in Schreinereien. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen. Und das ist einfach anders. Da ist man vermutlich nicht so grob auf der Baustelle. Woran es genau liegt, kann ich Ihnen sagen, weil ich bin sicher, Frauen sind dazu in der Lage, sich mit technischen Themen auseinanderzusetzen. Sie interessieren sich auch für technische Themen. Aber vielleicht eben das Gros der Frauen bewirbt sich nicht bei uns als Elektroinstallateur. Was ich persönlich schade finde, denn es gibt auch in unserem Bereich viele, viele Sparten, wo man sagen kann, na klasse. Da muss ich nur Interesse haben. Ich habe ja einen Vortrag erinnert mit einer Schreinergesellin und die war schon so ein bisschen leuchttumend dann auch über ihre Ausbildung und habe dann immer wieder auch mal mit anderen mitgezogen und über Jahre, dass sich dann immer mehr auch Frauen beworben haben. Sie hat damals ganz was Spannendes gesagt. Also die erste Hürde war, erst mal klar zu machen, das ist nicht, also heute, gar kein so stark körperbetonter Job mehr wie früher. Du hast Hilfsmittel, du hast Hebezeuge. Das ist nicht mehr so. Also es ist immer noch körperlich anstrengend, aber es ist kein so Knochenjob mehr, wie es früher dann quasi mal in den Schreinrein der Fall war. Ich glaube, dass manchmal auch ein bisschen tradierte Bilder bestehen, die man noch entweder vom Vater oder vom Großvater kennt oder keinen Bezug zu dem Berufsbild hat. Ich denke, das ist ein Thema. Wenn man sich heute einen Elektroinstallateur vorstellt, dann denkt man an die Rohbaustelle. Natürlich ist das ein Teil davon, aber ein ganz geringfügiger. Der Rest findet an ganz anderen Stellen statt. Und wenn man sich die ganzen Themen mit der Gebäudesteuerung etc. überlegt, dann ist das ein ganz anderes Bild. Und was wirklich durchaus wichtig ist, dass man technisch interessiert ist. Und alles andere spielt da gar keine so große Rolle. Und es ändert sich. Und das Beispiel sitzt hinter der Kamera. Man kann sie jetzt gerade nicht sehen, aber hier sind drei Menschen technisch in diesem Raum. Davon sind zwei junge Frauen. Ja, also ich nehme da auch ein Thema. Und wenn man dann mal so in die Trends reinschaut, dann gibt es dann den Female Shift, den man auch gerne herbei, also statistisch schon kommen sieht. Auch das Female Leadership ist ein Thema drin. Also heute studieren ja schon mehr Frauen wie Männer. Und das ist dann absehbar, dass auch noch mehr Frauen in den Beruf reinkommen. Jetzt möchte ich gerne so ein kleines Seitenthema aufmachen. Wir haben im Vorgespräch auch gesagt, das muss ja doch nicht jeder studieren. Das stimmt. Da steckt ja auch was drin, wo ich auch so was wahrnehme, dass der Schritt ins Studium eigentlich schon von jedem sein muss. Sonst wird man ja gar nicht deutlich anerkannt. Steckt da auch was drin, wo ich sage, das Handwerk muss noch stärker kämpfen? Erstens vielleicht für Anerkennung, aber vielleicht auch eben noch für Frauen, die gerade eher den Weg ins Studium suchen? Also ich würde es generell so ausdrücken, dass das Handwerk ein Imageproblem leider hat, ein gesellschaftliches Imageproblem. Und ich habe gerade vorgestern jemandem erzählt, wir hatten mal einen Praktikanten, der kam vom Gymnasium, war im Rahmen des BOGI bei uns, der fuhr mit der Straßenbahn nach Hause und dann sagte er mir, ja die Leute haben mich in der Straßenbahn so komisch angeguckt, weil ich da in Arbeitskleidung saß. Und ich glaube, das ist unser Problem. Und das ist völlig geschlechterunabhängig, ob Mann oder Frau. Wir sind politisch getrieben, dass wir sagen, Studium, Hochschulabschluss, das ist das, was wichtig ist. Und dem anderen wird gar keine Bedeutung beigemessen. In meiner Firma sind tolle Menschen, die viel erreicht haben in ihrem Leben und die im Handwerk, die das im Handwerk erreicht haben. Und die eine Position in dieser Gesellschaft haben. Und das kann man auch über das Handwerk erreichen. Aber das wird überhaupt nicht propagiert. Es wird jeder, nein, jeder ist übertrieben, aber der Trend geht zu, ich brauche einen Hochschulabschluss, egal wie gut oder schlecht, hauptsache ich habe einen. Und das finde ich falsch. Finde ich politisch falsch und gesellschaftlich auch. Also das kann ich nur unterstreichen. Das Komische ist ja, ich war also dann die letzten Jahre, elf Jahre am Stück in Asien und war da auch immer mit der Deutschen Auslandshandelskammer sehr engagiert. Und das Komische ist, wenn wir Deutschen, wenn wir im Ausland sind, dann reden wir über unser Handwerk und die duale Ausbildung und der Exportschlager. Und dann komme ich ja nach zehn Jahren und denke, das ist ja gar nicht mehr so. Hoffentlich kriegt das niemand mit im Ausland. Weil das ist eben ja ganz wichtig auch für unser Image, dass wir nachaus sehr solide, sehr genau. Und es ist schon, ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, die sehr viel glücklicher auch wären, wenn sie nicht den Weg über ein Studium gehen würden, sondern tatsächlich auch andere Berufsoptionen annehmen. Und ich glaube, dass wir da sehr gut daran tun, auch in den nächsten Jahren mit einem gemeinschaftlichen Effort, schön neudeutsch, daran zu arbeiten, das auch wieder bewusster zu machen, dass eben der Gang im Studium nicht wirklich die Glückseligkeit bedeutet. Ja. Ich stelle das aber manchmal auch bei Eltern fest. Oh, ich muss mich da mischen. Ich habe ein Beispiel, wo dann wirklich auch der Sohn nach dem Praktikum, der Handwerk sagt, ich möchte es machen, der Lehrvertrag auf dem Tisch lag und die Eltern ihm das ausgeredet haben. Du wirst doch wohl nicht auf die Baustelle gehen. Und jetzt kann man sagen, okay, da war jetzt vielleicht noch nicht so gefestigt, dass er sich doch durchgesetzt hätte. Aber er hat den Lehrvertrag dann zurückgegeben und denkt, oh Mensch, was wirken da für Kräfte, natürlich auch von den Eltern im Umfeld, dass sowas entsteht oder der Schritt ins Studium fast schon gedrängt wird oder auch vom Umfeld, dann fühlt man sich als Exode und es nicht hätte. Ich meine, wenn man es historisch betrachtet, früher des Handwerks war ein eigener Stand in der Ständegesellschaft, was dem für einen Wert beigemessen wurde. Und also ich persönlich, ich bin Kaufmann, ich kann mit Zahlen umgehen, aber ich kann mit meinen Händen nicht wirklich was leisten. Ich bewundere jeden, der das kann. Und ich finde es schade, dass dem eben so wenig Wert beigemessen wird. Also ich hoffe, wir leisten heute einen kleinen Beitrag dazu. Das wäre toll. Ich möchte nochmal auf das Thema Frauen in Führung kommen. Sie sind beide Mütter. Frauen haben ja da immer noch auch das Thema, ich nenne es jetzt mal Vereinbarkeit. Und wir haben im Vorgespräch auch gesprochen, das fand ich spannend. Sie haben gesagt, wir müssen den Marathon der Vereinbarkeit hinkriegen. Wir sprachen auch über Erziehungsurlaub und das, wo Männer das gleichermaßen in Anspruch nehmen, mehr denn je vielleicht sogar. Aber ich fand es spannend, wo Sie vom Marathon gesprochen haben. Sagen Sie doch gern zwei, drei Sätze dazu. Ja, also ich bin eine begeisterte Tante gewesen und habe gedacht, ich habe irgendwie eine Vorstellung, was es bedeutet, Mutter zu sein. Ich bin auch jemand, der sehr gerne und auch sehr intensiv arbeitet. Aber die Kombination, die habe ich total unterschätzt. Und das ist schon sehr kräfteraubend. Und das meinte ich mit einem Marathon auch. Man ist ja, wenn jemand, sag ich mal, Mutter oder Vater wird, erst mal Gratulation, dann hat man das irgendwie alles so im Kopf. Aber es dauert halt sehr lange, bis aus so einem ganz kleinen Menschen auch selbstständige Menschen werden, wo man nicht mehr so zeitintensiv auch zur Seite stehen will. Ja, und das gilt genauso für Männer wie Frauen. Also deswegen denke ich, ist diese Fragestellung auch nur auf Mütter bezogen, auch wenn ich bei uns in der Belegschaft gucke, die springt am Thema vorbei. Auch die Männer wollen da entsprechend mit teilhaben. Aber dass eben wir bis ein gefestigter Mensch, das haben Sie vorhin, da auch dauert es halt 20 Jahre. Und da muss man eben, das ist, finde ich, eher ein Marathon als jetzt der kurze Sprint, wo jeder sich freut. Oh, ein schönes, ein neues Baby und gesund und alles ist gut. Ja, Pustekuchen. Da fängt es erst an. Müssen wir Unternehmen noch mehr Voraussetzungen dafür schaffen, dass noch besser gelingen kann, dieser Spagat? Ja, also ich glaube schon, dass die Unternehmen auch vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangel, also vom Fachkräftemangel sprechen wir ja schon nicht mehr, sondern vom Arbeitskräftemangel da auch eine höhere Flexibilität, die Richtung Kindern. Aber es ist ja dann auch, die Pflege ist ja auch bei vielen ein Thema. Also bin ich aus dem einen raus, gehe ich ins andere rein. Und da das Thema Flexibilität eine hohe Bedeutung hat. Und ich glaube, bei allem, wo Corona natürlich sehr herausfordernd war und auch gerade die Frauen darunter doch auch wieder gelitten haben. Das ist was Flexibilität. Das geht natürlich nicht in jeder Funktion. Aber wenn ich jetzt bei uns gucke, das ist doch in vielen Funktionen sehr gut möglich, dass wir wollen perspektivisch da wieder hin, dass die Leute mindestens drei Tage doch auch irgendwie im Büro sind. Aber dass sie von zu Hause arbeiten können und mit der Flexibilität, die dann auch da einhergeht, dass wir auch anders führen. Also wir reden ja auch über Führung. Also das ist nicht sozusagen Führung in Präsenz, sondern wirklich mit Zielen, mit Projekten. Und dann aber auch sagen, ob du das jetzt in der Uhrzeit machst oder in der Uhrzeit, da bin ich jetzt, ist es mir nicht so wichtig. Also von daher, ich glaube, Flexibilität zu schaffen, das ist wirklich über die verschiedenen Lebensphasen da auch. Aber wie gesagt, auch wieder für Männer und für Frauen. Gleichermaßen, ja. Frau Frau Harz? Ich kann mich im Prinzip nur anschließen, vielleicht für mich ergänzend. Es ist ein Marathon, aber es ist der schönste Marathon, den man in seinem Leben überhaupt je laufen kann. Und ich wollte tatsächlich keine Sekunde missen und auch keine Sekunde der Anstrengung. Auch wenn ich zugeben muss, gerade in den ersten Jahren war ich körperlich manchmal in einem Erschöpfungszustand, der schon fast Schmerzen verursacht hat. So erschöpft war ich. Das kann ich als Zwillingsmutter, egal wie es war, wahrscheinlich noch trocken. Ja, das mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber das ist sowas, das wir immer... Ein blöder Zwillingsmutter-Witz. Aber nein, das gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht. Aber ich glaube, in der Führungsspitze liegt es noch mal ein bisschen besser, noch mehr zu, oder? Glauben Sie, dass in Führungsposition, ich teile Ihre Meinung an Männer und die Frauen gleichermaßen, aber das noch drängender ist? Weil, ich weiß nicht, kommt vielleicht auch die Unternehmenskultur an, die da auch mit rein spielt. Aber in der Führung ist man gerne in dieser Sandwich-Position, ist man gerne vielleicht doch mal ein bisschen länger da und dann bin ich noch schneller in dieser Zerrissenheit drin, in diesem Spagat. Ich glaube, in der Führung spitzt es sich noch etwas mehr zu, wie... Ja, also ich glaube, dass Führung, also bei allem Work-Life-Balance, und es gibt ja auch viele Kollegen, die inzwischen sagen, also 80 Prozent reicht mir eigentlich. Wir, also es gibt ja Unternehmen, gerade Ikea habe ich gelesen, auch neu, Führung in Teilzeit, also aber das ist ja wirklich noch eher die Ausnahme als die Norm. Und da würde ich mir schon auch schwer tun, also ich bin im vollen Bewusstsein diese Funktion angetreten und ich glaube, das tun die meisten Führungskräfte, wenn sie sich eben dann für eine Führungsposition auch entscheiden, dass sie im Zweifel auch einen gewissen Zeiteinsatz da bringen müssen. Das, ich glaube, da kann man sicher viel optimieren und ich denke auch schon, dass man viele Führungspositionen tatsächlich auch in Teilzeit stemmen kann. Also wenn ich jetzt, der Herr Strowitzki und ich zum Beispiel, wir haben ganz klare primäre Aufgabenbereiche, aber wir haben auch ganz viel, wo wir eben gemeinsam uns austauschen, entscheiden und das geht eigentlich sehr gut, weil wir uns jetzt doch auch über vier Jahre kennengelernt haben und vertrauensvolle Basis haben. Und wenn der eine dem anderen was zuruft, dann muss man da auch nicht nochmal nachhaken. Also dann glaube ich, deswegen glaube ich, dass Führung in Teilzeit auch wirklich funktionieren kann. Aber das ist tatsächlich, da kann man sich noch weiterentwickeln. Ja, ich finde, es kommen ja mehr und mehr auch so Joint Leadership oder Jobsharing-Modelle an den Start, die auch, finde ich, sehr gutes Verheißen und auch schon gut erprobt sind, braucht aber auch wiederum die richtige Kultur drumherum, dass es funktioniert. Vielleicht nochmal den Blick aus einer anderen Perspektive. Was würden Sie Arbeitgebern mitgeben wollen, um vielleicht attraktiver auch für Frauen zu sein oder auch für Frauen in Führungspositionen anziehend zu sein? Also Flexibilität und auch die Bereitschaft, sich auf eine andere Art zu argumentieren, auf eine andere Art Kultur zu leben, einzulassen. Also ich finde es relativ schwierig. Das habe ich natürlich jetzt in meiner Firma nicht. Und ich hatte ja auch das Glück, in einem Familienunternehmen zu sein, wo man genau dieses sich blind was zuzurufen natürlich funktioniert. Und ich auch immer ein tolles Team um mich herum hatte. Aber die müssen bereit sein, damit zu leben, mit diesem Ich rufe kurz was zu und ich verlasse mich drauf. Und ich muss mal schnell reagieren können. Darauf muss man sich einlassen. Und ich habe das in einem anderen Zusammenhang erlebt, dass es nicht der Fall war. Und dann wird es schon schwierig. Und dann fängt man oder ich persönlich fange mich dann auch irgendwann an zu fragen, muss ich das? Muss ich mir das antun? Also wie gesagt, man muss bereit sein, sich auf flexible Dinge und schnelle Reaktionen einzulassen. Frau Birgit-Heil, Sie? Ja, ich habe gerade so innerlich so genickt, auch wer will ich das überhaupt? Also ich glaube schon, dass Führung hat viele attraktive Attribute, aber nicht nur. Und ich glaube, dass wir auch gesellschaftlich gucken müssen, kriegen wir wirklich auch Leute in Führung, die das wirklich wollen und auch können. Und ich glaube, dass Führung gelernt werden kann. Es gibt sicher eine gewisse charakterliche Disposition. Aber es hat auch viel mit Übung zu tun und Leute da auch darauf vorzubereiten, auch Führungspositionen anzuleiten, immer wieder sich auch zu hinterfragen, immer wieder auch neue Techniken mit auszuprobieren. Eine gewisse Fehlerkultur, die auch für Führungskräfte gelten muss, meines Erachtens, ist, um weiterhin überhaupt Leute zu finden, die führen wollen. Weil ich glaube, das wird manchmal verkannt. Also es ist eben nicht nur schön. Ich bin ja der Meinung, also Führung ist ein Job. Ja. Also den kann man lernen, da kann man Rüstzeug sicher arbeiten, man muss ein bisschen was mitbringen vielleicht. Ein bisschen was von der DNA darf da sein. Aber ich glaube, Führung findet heute nicht einfach nebenher statt. Dazu ist mittlerweile zu wichtig, zu kulturprägend, als dass man mal wie früher den besten Meister dann eigentlich quasi zum Vertriebschef gemacht hat. Und ich glaube, die Umdenke, die ist schon lange da, zum Glück. Und ich nehme aber auch so wahr, dass die letzten Jahre doch auf mehr Intuition und Emotion mit reingekommen ist, was ich sehr, sehr schätze, weil ganz viel ist halt wirklich auch immer noch am Bauchgefühl. Und das trügt ganz selten. Vielleicht zum Abschluss Ihre schönste Geschichte oder Ihr Erlebnis als Führungskraft oder als Frau in Führung. Gibt es da? Ja, gibt es tatsächlich. In Singapur gibt es einen Preis für Unternehmen, die in Familien besonders da gut führen. Und da sind immer Mitarbeitende, die sozusagen einen Pitch abgeben müssen, warum sie in diesem Unternehmen sich gut aufgehoben fühlen. Und da gab es eine Kollegin, die da offensichtlich eine Bewerbung eingereicht hat. Und dann wurde auch ich in meiner Person als Unternehmen als Beste für Frauen, also für junge Mütter damit auch ausgezeichnet. Und das war, wie das halt im Finger wo ist, mit Konfetti und zu allem Möglichen. Und das hat mich aber wirklich sehr berührt, weil diese Kollegin, die geschieden war, eine Tochter, eine behinderte Schwester, eine Mutter, die eben auch pflegebedürftig war, die hatte wirklich, sie hat es eben nicht einfach gehabt. Ja. Und ein bisschen Flexibilität, ein bisschen zuhören, ein bisschen auch mal zu sagen, ich weiß, dass du das kannst, war für sie so bedeutsam, sich die Zeit zu nehmen und da einzuschreiben. Das werde ich nie vergessen. Ich habe auch die Trophäe noch zu Hause. Schön. Dankeschön. Aber hat es Ihre Geschichte so in der Führung sein, das war irgendwie? Es sind eher viele kleine Geschichten. Es sind so die Momente, es sind so positive Feedbacks. Ein Mitarbeiter, der irgendwann mal zu mir sagte, ich freue mich so, dass ich für sie arbeiten darf. Und solche Momente sind für mich eigentlich viel mehr. Also ich habe jetzt nicht so ein großes Highlight-Erlebnis. Es war auch nur einmal. Aber ich habe viele kleine Momente und eben gerade letztes Jahr gab es so einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, es war ein schwieriges Jahr und es gab viele Klippen zu umschiffen und viele Schwierigkeiten. Aber dieser eine Moment, der macht alles gut. Also ich habe ehrlicherweise auch viel zum Glück. Also sonst würde es ja auch gar nicht gehen. Ja, sonst würde man es gar nicht schaffen. Also sonst, wenn nicht diese vielen kleinen Momente wäre, ein Danke mal hier oder eine Betriebsfeier, wo man sich denkt, was haben die sich Mühe auch gemacht und Gedanken gemacht, um uns da auch eine Wertschätzung gegenüber. Also das gibt Kraft, das ist das Salz in der Suppe und deswegen macht dann auch Führung doch wieder Spaß. Ja, das sind die Momente, die ja dann natürlich auch tragen. Herzlichen Dank an zwei tolle Unternehmerinnen, an zwei tolle Frauen. Schön, dass Sie heute hier im BZ Job Talk zu Gast waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass Sie, wie ich, ganz viel mitgenommen haben zu einer Facette, die natürlich riesengroß ist. Ich hoffe, wir konnten so ein paar Einblicke geben, so ein paar Nuancen Ihnen aufzeigen, dass das Thema Frauen in Führung weiterhin ein Dauerbrenner ist. Aber ich glaube, Sie haben ein paar spannende Ansätze bekommen, wo Sie selber vielleicht als Unternehmer ansetzen können. Von dem her herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Selber. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020